Zwei Polizisten machen Planquadrat, stehngen sich die Füße im Bauch die ganze Zeit, na ja. Dann sagt der eine, das ist eine Wahnsinnsgegend, diese Sauferie! Dass denen Leute das Geld nicht schaue, dass das nicht zu blöd ist. Die Leute wollen die Sorgen ertrinken. Sagt der andere, ja, da saufst du und saufst, um zu vergessen. Saufst, damit du alle nicht siehst und dann kommst du heim und siehst das Doppelt.